Moin Leute, heute ist wir uns darum gehen, wir den einfachsten Subbass ever hinbekommen. Der hört sich ungefähr so an. Oh, schön seelemassierend. Das geht ganz, ganz einfach. Einfach hier, zack. Hier schon der dreimal Oszillator. Den finden wir hier. Und dann gehen wir einfach hier einmal ganz runter, hier einmal ganz runter und hier einmal ganz runter. Und dann... Ups. Richtig schön seelemassieren und das dann noch gepaart mit ein paar anderen Dingern. Ups, 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 ups. Einmal Ohr ohne. Und dann mit. Man hört den Unterschied, ist gleich viel besser. Viel Spaß.